Ich weiß nicht, ob das die mit den bunten Federn sind oder die ohne. Ja, die männlichen sind die mit bunten Federn. Eigentlich ist das in der Natur so, ne? Ich glaube, bei den Chocobus war das andersrum. Nein. Herzlich willkommen, Leute, zurück bei Minecraft Drifter zusammen mit Kondran und Nephi. Ich meine, Zombies sind ja vom Prinzip her schon scary, aber Zombies mit roten Augen? Ich trinke einfach mal ein Stück. Das sind Furious-Zombies, die werden immer größer. Ich hab den auch gerade hier. Soll ich aufstehen? Ja, also ich kann gerade nicht schlafen. Ich kann jetzt schlafen. Ich nicht. Kondran eine Sache an, wenn du schlafen kannst. Dann leg ich nicht schnell hin. Warte ich so lange. Oh Gott, ich stehe am Abgrund. Alter, die werden echt immer größer. Die werden immer größer. Kann ich nebenbei den Blizzard-Client anmachen? Meinst du, das geht? Oh nein, noch einer. Da oben fliegt ein Licht. Was ist das für ein Licht? Ah, wieso kommen denn so viele große? Ich weiß es nicht. Ah, noch einer. Soll ich wieder aufstehen? Speed-Buff. Also ich könnte mich jetzt, glaube ich, hinlegen. Ja, leg dich hin. Okay, ich liege. Scheiße, da kommt noch einer. Schlafen, 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 schlafen. Ja! Oh Gott. Verbrennen die jetzt? Ja. Okay. Oh mein Gott. Und der Whisper ist auch noch pisst. Was ist eigentlich mit der fancy Brille hier? Die macht nichts, die ist nur Deko. Vor allem sind die... Die sitzt richtig auf den Augen, im Gegensatz zu den Traveler-Goggles. Nee, die Traveler-Goggles sind ja so hochgeschoben. Ja, richtig. Alter, was. Das sieht aber komisch aus bei mir. War das ne Nacht, ey. Alter, das war echt heftig. Oh, aber zwei Towncraft-Brains bekommen. Nice. Ich muss gleich nochmal kurz in die Truhe. Oh, das können wir... Ja. Oh, Goro will nicht gemütlichen sein. In seinem Schlafsack zu Hause. Im Bett habe ich geschlafen, oder? Im Bettchen sogar? Jetzt bin ich gerade hier und streiche meine Kühlchen. Also ich sollte hier eigentlich nicht stehen, wo ich gerade stehe. Nur weil ich hier Sachen wegwerfen, da ist ein Gegner. Eigentlich wollte ich ja nur Wölfe farmen. Warum denn überhaupt? Für Wölfsköpfe. Ich würde dir empfehlen, die Wölfe zu zähmen. Und dann Hunde draus zu machen. Ja, aber ich bin so weit weg, bis ich die mitgebracht habe. Nee, du musst sie mit Knochen zähmen und dann laufen sie dir hinterher. Ach, ja stimmt. Aber ich habe überhaupt keine Knochen gerade. Chomper, was sind das denn für Monster? Die habe ich auch noch nie gesehen. Je weiter du rausgehst aus dem Gebiet, das wir kennen, siehst du hier Monster, Alter. Die werden, wie wir sie kennen. Irgendwas hat sich hier bewegt. Wo hat sich hier gerade was bewegt? Wo hat sich was bewegt? Was kann ich denn aus Gurken machen? Random Themen. Das ist so geil. Jetzt hat sich was bewegt, jetzt hat sich was bewegt. Was kann ich eigentlich aus Gurken machen? Ich habe immer noch gerne Zwiebeln. Alter, ich brauche eine neue Maus. Ein Leder, wo kriege ich denn jetzt ein Leder her? Drei macht das immerhin. Das ist natürlich schon... Das ist natürlich schon... Ja, schon. Was kann ich denn... Guck mal hier. Oh, das ist ein Happy Meal. Wirklich. Happy Meal? Happy Meal. Wenn ich einen... Wenn ich einen... Man kann einen Deluxe-Cheeseburger, eine Limonade und hier Pommes. Dritten. Wird zu... Ja, ein Happy Meal. Heißt das so? Nein, es heißt leider nicht Happy Meal. Aber es wäre schon witzig, wenn es Happy Meal heißt. Du kannst es am Amboss umbenennen. Nein, es ist Happy Meal. Aber ich möchte auch ein Spielzeug dazu. Aber es füllt halt echt die ganze Leiste Essen auf. Ja, ist ja auch drei Sachen zusammengelegt, ey. Und der Burger ist gar nicht mal... Oh, ist gar nicht so schwer. Wobei... Ah, es sind viele Stufen. Aber es ist gar nicht so... Wo waren die Pommes Fritzs denn? Hier. Ja. Die Pommes Fritzs. Weil ich kann nämlich... Guck mal, wenn ich ein Steak... Pommes Fritzs. Guck mal, warte mal. Pommes, die waren doch gar nicht so schwer. Potatoes, Zucker... Nee, warte mal, das war Salz. Gibt ja auch mehr Sinn. Das vorbeispringen lassen. Und das sollte in eine Pfanne? Nee. Sattel brauchen wir nicht, oder? Nicht in eine Soßpfanne. Nee, ja, kannst du mitnehmen. Aber wenn du zu voll bist gerade. Wix Ding. Redstone brauchen wir eh nicht. Music Dust... Ach, komm, nehmen wir die Music Dust mit. Oh, wichtig. Ach, da ist der Spawner. Was denn da passiert? Moondust? Warum habe ich das denn da hier? Was hast du da runter? Ist bei dem Spawner noch was? Was bei den Spawnern? Ja, du... Ja, du hattest nicht gesagt, unter dem Ding ist ein Spawner? Ähm, unter welchem Ding? Unter hier... Unter dem Meer... Unter der Truhe ist ein Wiss-Spawner, naja. Unter dem Meer... Bei dem Obsidian-Ding, ne? Nee, sonst ist da nix mehr. Wo ist das Wasser? Nice, Overgrowth Seed und noch ein Tomonomicon. Brauche ich jetzt nicht, aber ist nice. Goro strebt eine Karriere als Opernsänger. Ja. Ich bin ja immer noch dafür, dass es eine Troublem-Town-Idee geben wird. Ein Troublem-Town-Musical. Eine CTT-Folge gesungen. Das wäre auch witzig. Der Advent, der kommt... Komm, du mal ein Traitor. Der... Wir machen ein... Was? Oh, da geht's runter. Denn er hat ein Messer. Er hat ein Messer. Ich glaube, er ist Traitor. Und jetzt bin ich... Es ist Nefi, Nefi, Nefi. So, wir brauchen echt für alles Salz. Nur, dass wir alle nicht sehen können und ihr das eigentlich nicht wollt. Eigentlich wollen die Leute das. Was geht eigentlich mit diesen komischen Dingen? Die machen ja gar keinen Schaden. Warum habe ich da die ganze Zeit Angst vorgehabt? Was für Dinge? Ach, so komische Zauberer, die Explosionsgeschosse schießen, aber das macht keinen Schaden. Klingt krass. Ne, die Explosionen auch von den Trickstern machen keinen Schaden. Das sind ja auch Trickstern. Also es macht ein halbes Herz. Das Geile ist, mit Featherfall brauche ich keine Angst mehr vor den doofen Bäumen zu haben, wenn die mich hochschmeißen. Alter, was geht hier eigentlich mit der Oktopusversammlung? Ich dachte jetzt schon, hause kaputt. Tinte kann man immer gebrauchen. Das sind Oktopussis. Außerdem kannst du dem Guru dann die Tentakel geben, die du kriegst zum Kochen. Was bist du? Oh Gott, du hast mich auf Kilometer Entfernung gesehen. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Alter, hier ist Hühnerparade. Was ist denn hier los? Also die folgen jetzt echt das Niveau Feld. Es sinkt für sie das Niveau. Es sinkt nicht nur das Feld. Ich will eine Kuh oder ein Pferd haben. Ich brauche ein fucking Leder, damit ich mir einen Sattel für Schokobus bauen kann. Für den Schokobus. Und dann on the fly noch ein weibliches Schokobus mitnehmen kann. Nee, männliches ist es, glaube ich. Ich weiß, wo die sind sogar. Was? Schokobus? Männliche. Ich weiß nicht, ob das die mit den bunten Federn sind oder die ohne. Ja, die männlichen sind die mit bunten Federn. Eigentlich ist es in der Natur so, ne? Ich glaube, bei den Schokobus war das andersrum. Nein. Kann nicht sein. Schokobus hier bei uns, die die bunten Federn haben, die sind auch immer männlich. Ein Zoo. In echt. Genau. Du hast doch gesagt, in der Natur. Nein. Wie weiß ich das meinen. Da hinten ist schon wieder so, keine Ahnung. Ist der Zoo für dich Natur, Conan? Was? Nein. Ja, okay. Hast du auch wieder recht. Oh, gedisst. Nö, das war eine Frage. Gedisst. So, ich finde, gleich habe ich langsam mal ein bisschen genug gekocht. Dann machen wir mal was anderes. Aber wobei, wir müssen noch gucken, was wir den Bohnen machen. Den Bohnen? Erstmal müssen wir gucken. Oh, Käse, Brokkoli und... Oh, Brokkoli. Ja, schön Käsesauce. Ja, warte mal. Spiceleaves und Tomatos. Die hatten wir da. In vier? Oh, es bringt auch vier. Aber da müssen wir Käse noch machen. Wir haben keinen Knoblauch. Doch, ich habe Garlik. Hast du... Warte mal, ich glaube, ich habe auch Garlik. Ja, ich habe doch Garlik. Uch. Es gibt auch Garlik aus Witchery. Den kann ich auch benutzen. Goro wusste nur nicht, was Knoblauch auf Englisch heißt. Deswegen hat er es gesagt. Was? Was ich Knoblauch gesagt habe? Ey, wo soll ich denn wissen, was das ist? Was Garlik ist? Ja. Wusstest du echt nicht das Wort, das englische Wort für Knoblauch? Dass es Garlik ist? Doch, wusste ich da. Achso. Stand doch hier auf Englisch. Ich habe es ja auf Deutsch gesagt. Achso, stimmt. Stimmt, steht ja eigentlich auf Englisch da. Was ist denn da los? Im täglichen Gebrauch drin, muss ich gestehen. Garlik? Ja. Oder Knoblauch an sich. Knoblauch schon. Knoblauch ist toll. Ich hänge mir das über die Tür, wenn Kundrat jetzt doch ein Vampir werden soll. Better safe than sorry, sage ich dir. Kaufe mir jetzt einfach mal Waffen von den Ninjas hier. Einfach mal Fosselolz. Dann mache ich das doch mit Käse. Fosselolz. Fosselolz. Und, wie funktionieren die? Oh, cool. Wo bin ich jetzt eigentlich gelaufen, dass da hinten mein Zuhause ist? Wo muss ich eigentlich hin, damit ich wieder nach Hause komme? Da hinten hin. Oh, eine Schlucht. Eine Kuh am Start. Ist natürlich schade. Oh, aber was anderes, was mich hauen will. Bäume. Wie viel Brokkoli habe ich denn? Drei. Ist natürlich ein Treschen jetzt. Brokkoli müsste ich aber auch noch haben. Ich habe die jetzt lieber zu Seeds gemacht, als dass ich die jetzt direkt benutze. Wie gesagt, du kannst alles aus der Essenskiste da, aus der großen, bei mir rausnehmen. Die habe ich schon rausgenommen, glaube ich. Wir müssen, ich muss hier hinten mal die Bäume kaputt machen, wenn wir in den Haus. Was ist denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpf aus dem Bild. Ey, ich habe hier nur noch Hühner. Was ist denn los mit euch? Wir können es nicht mehr von den Bussen. Was ist los mit euch? Wir müssen mal irgendwie zusammen losgehen und irgendwelche fiesen Gegner töten. Wat? Wat, 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 wat? Baust du Kürbis? Ja. Hier nehme ich mit. Kannst du einen mitnehmen, das reicht. Ich habe mich drei mitgenommen. Was ist denn darunter? Ich habe keine Ahnung, wie stark die Gegner sind. Festes. Ja, nee. Ja, nee. So, den lassen wir mal stehen hier, den Schrein. Fuck, ich muss hier weg. Einmal auch noch hier. So. Wieder Nacht. Wird schon wieder Nacht. Tuh. 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 Das ist das für Gegner? Okay. Das war ja nicht so erfrischend. Was? Hinlegen? Da ist eine Kuh. Da ist eine Kuh. Ich sehe sie genau. Ja. Ich habe hier ohne Ende Kühe. Ich bin aber gerade unterwegs und will Schokobus mitnehmen. Deswegen. Jetzt haben wir uns schon hingelegt. Ich mache gerade die Wasserflasche auf. Das können wir doch nicht machen. Was sollen wir denn machen? Eine Länge warten oder was? Länge warten. Ja, weiter geht's schon. Ja, ich habe einen Villager gehört. Toll. Das ist ein Villager. Das ist ein reinschauendes Schwein. Gerobein. Gerobein, guten Tag. Gut, dass ich das selbst gesagt habe. Guten Tag. Gerobein, mein Name. Was ist das im Hintergrund? Das, Kunrin, ist eine gastvolle Sache. Ist das? Das war. Oh, ich müsste die Pferde vergrößern. Wenn ich jetzt da hinten. Was? Ach, ich hätte den Speed-Buff gerade an der Klippe bekommen. Das war ein bisschen ungünstig. Ich wäre da fast runtergefallen. Ich muss meinen Garten vergrößern. Warte mal, wenn ich hier. Äh, nein. Ich wollte nicht schlafen. Ich wollte was essen. Wenn ich denn jetzt hier eine Etage runtergehe, die Bäume alle fälle. Hat er doch so ein mobiles Crafting-Grid. Komm mal, genau. Aha. Great Wood-Bäume durfte ich abbauen, ne? Yep. Okay, auf geht's, ab geht's. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Vier Tage wach sogar. Wir hätten den Schokoboos. Jetzt? Jetzt sind da Schokoboos. Ich habe ihn nur gerade gesehen. Hä, wie mache ich denn mein Crafting? Oh mein Gott! Was hat der damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Oh, Alter. Oh, was ziehe ich denn jetzt an? Wenn du mit dem Ring, den Ring sie alle zu knechten halt, so einen Great Wood-Bomb abbaust und dann siehst du, wie das ganze Holz dir so ins Gesicht fliegt. Ja. Was ist das? Das ist das kleinste Gegner zu sein, sonst würdest du nicht auf mich zulaufen, aber du hast keine Schwerter über dem Kopf. Das ist John. Nein, das ist eine... Binux. Binux. Eine was? Wer? Binux ist das. Blau, so ein blaues Vieh, ne? Ja. Hab ich schon getötet. Oh, schockt gerade. Da ist ein... Ist da ein Wassertempel? Wasserteckel? Wassertempel gibt's in der Version noch nicht. Aquateckel. Was ist das? Eine Attacke in Pokémon bestimmt. Würde mich wundern, wenn du Wassertempel hast. Höh! Es gibt aber blaue Vögel! Wassertempel ist doch irgendwie falsch. Es ist über Wasser, also es ist aufm Wasser... Also es ist ein Unterwassertempel. Ein Überwasser-Wassertempel. Aha, Überwasser-Wassertempel. Achso, das muss auch noch eine... O, der Hinweis auch noch nennt. Die Hühnerzucht kommt voran, seitdem man zwei ... Also wenn man zwei Hühner hat, dann hat man echt ausgesorgt. Lecktreib merk konnten der bei mir zwischendurch oder? Nee. Uah. Ich hätt' mir Gewünschehalt gelext. Oh shit- Ich schätze, das sind Drachen oder so. Ratten. Drachen. Drachen. Ratten? Alter, was ist? Geh weg. Drachen gibt's nicht, Eragon, und du weißt das ganz genau. Hahaha, Eragon. Ich kann ihm keinen Schaden machen. Ja, dann bist du zu schwach, dann ist das noch zu stark. Ja, ich weiß. Es dritt hinterher. Es müsste sogar ganz oft im Chat stehen, dass du ihm keinen Schaden machen kannst. Ja, ich weiß. Es tut's auch, deswegen sage ich ja, ich kann ihm keinen Schaden machen. Komm, Drachen gibt's nicht, Eragon. Alter, das Ding verfolgt mich. Die ist bitte nicht zu uns nach Hause. Ja, kai ich erst mal bis hierher. Wie mit dem Rizzer in Crazy Craft dann. Crazy Craft? Geh weg, Vogel. Auch ein witziges Mobpack eigentlich. War aber schon wieder zu abgespaced, fand ich. War schon ziemlich abgespaced. Alter. Ich wüsste gerne, was man dafür braucht, dass man die töten oder dass man da irgendwas machen kann. Gib Monster, da musst du Level 70 sein und dann kannst du die erst töten. Mal essen mehr. Oh, Sonnenblumen. Ich nehm die mal mit, ne? Sehr gut. Ganz viele, oh mein Gott. Das sind doch auch so viele. Mhm. Die spawnen und solchen Biomen. Und dann halt so tausend. Äh. Leute, aber ob Nephi wirklich damit nach Hause kommt, das entfällt dir das ja das nächste Mal. Bis dahin. Was? 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 Scheiße. Okay, tschüss. 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 Tch. und